Die Schlacht bei Preußisch-Eilau war eine militärische Auseinandersetzung zwischen der russischen Armee unter dem Kommando von Lewin von Bennison und der französischen Grande Armee unter dem Kommando von Napoleon Bonaparte im Jahr 1807. Sie dauerte vom 7. bis 9. Februar und brachte trotz schwerer Verluste auf beiden Seiten kein eindeutiges Ergebnis. Ausgangslage Aufmarsch nach der Ausschaltung der österreichischen und preußischen Armeen plante Napoleon. Auch die Masse der verbleibenden russischen Streitkräfte in einer Entscheidungsschlacht zu stellen. General Bennison kommandierte den überwiegenden Teil der russischen Truppen an der polnischen Front. Nach einem kurzen Gefecht mit nach Westen vorgehenden russischen Kräften Ende Januar 1807, deren Stärke Marschall Berner dort auf 70.000 Mann schätzte, sah Napoleon diese Möglichkeit gekommen und plante, den offenbar vordringenden feindlichen Verbänden in die Flanke zu fallen und ihnen den Rückweg abzuschneiden. Die französischen Streitkräfte im Herzogtum Polen wurden in Marsch gesetzt, um die russische Armee in der Gegend um Allenstein vernichten zu schlagen. Die entsprechenden Marschbefehle und Pläne gelangten jedoch in Benissens Hände, der sofort den Vormarsch stoppte und seine Truppen zurückzog. Die französischen Truppen marschierten so ins Leere und fanden Allenstein am 2. Februar unbesetzt vor. Napoleon befahl seine Marschalle Solt und Murat mit ihren Divisionen unverzüglich weiter nach Gutstadt, flankiert von Marschall Neistruppen. Kurze Zeit später, am 3. Februar, stießen vorgehende französische Truppen jedoch wenige Meilen außerhalb Allensteins auf eine russische Nachhut. Napoleon stellte seinen Plan erneut um, fasste die fünf vor Ort befindlichen Divisionen unter Marschall Murats Kommando zusammen, um gegen den erkannten Gegner vorzugehen und dessen Armee an Ort und Stelle festzuhalten, während Solt mit seinen Divisionen die Flanke des Gegners angreifen und dessen Rückzugsweg Richtung Königsberg abschneiden sollte, indem er eine wichtige Brücke bei Bergfriede besetzte. Beide Angriffe erreichten zwar ihre Ziele, waren aber nur begrenzt erfolgreich, da die früh einsetzende Dunkelheit einen Überblick über die Situation erschwerte. Als am Morgen der Angriff auf die russische Flanke erfolgen sollte, war der Gegner bereits abgerückt. Am 5. Februar kam es bei Hof erneut zu einem Zusammentreffen zwischen einer russischen Nachhut und den verfolgenden französischen Truppen. Nach einem kurzen, aber schweren Gefecht, bei dem beide Seiten rund 2000 Mann verloren, setzten sich die russischen Truppen in Richtung Eilau ab. Bennigsen stellte seine rund 67.000 Soldaten und 460 Kanonen nördlich und östlich des Ortes auf, um so die aus Eilau kommende Straße Richtung Königsberg zu sperren. Eilau selbst blieb zunächst unbesetzt. Die russische Armee wurde von folgenden Kommandeuren befehligt. Generäle Fabian Sacken und PJ Toti Eressen, Truppen im russischen Zentrum auf einem flachen Höhenzug 600 Meter vom Ortsrand entfernt. General Tutschko, rechte Flanke, nördlich von Eilau. General Alexander Tolstoi, linke Flanke, südöstlich von Eilau. General Dimitri Dohterov, Reserven. Nachdrängende französische Truppen unter Sult und Murat erreichten die Gegend um 14 Uhr am 7. Februar. Ihnen folgten bis zum Abend die Truppen von Marschall Augeru und die kaiserliche Garde. Etwa 45.000 Soldaten und 200 Kanonen hatte Napoleon zum Abend des 7. bei Eilau zusammengezogen. Weitere 15.100 Mann unter der V-Out waren im Anmarsch und Marschallnay stand mit knapp 14.000 Soldaten nur wenige Meilen nördlich. Um die herbeeilenden preußischen Truppen etwa 9.000 Mann unter Lesto C.Q. im Auge zu behalten. Schlacht bei preußisch Eilau. Nach Zeugenaussagen wollte Napoleon die russischen Kräfte am 7. noch nicht in Kämpfe verwickeln, da er selbst zahlenmäßig noch stark unterlegen war, aber auf dem Höhenzug westlich der Stadt die bessere Verteidigungsposition hielt. Ein unübersichtliches und unkontrollierbares Nachtgefecht war deshalb zu vermeiden und das Eintreffen der Verstärkungen abzuwarten, Um am nächsten Morgen anzugreifen, eine Gruppe französischer Versorgungskutschen jedoch unter anderem mit Teilen des Gepäcks Napoleons beladen, geriet am 7. Februar aus Unkenntnis über die Lage des französischen Hauptquartiers in die Stadt Eilau und die Soldaten begannen ihre Wagen zu entladen. Vorgeschobene russische Einheiten sickerten daraufhin vom Ortsrand in die Stadt an und griffen am Nachmittag die Franzosen an. Der Kampflärm veranlasste dann französische Einheiten Marschallzouls ihrerseits vom anderen Ortsrand vorzugehen, sodass sich Kämpfe in Eilau entwickelten. Auf russischer Seite nahm man an, die Franzosen wollten den Ort besetzen und schob weitere Truppen nach, um das zu verhindern, sodass sich aus einem Scharmützel die Schlacht entwickelte. Gegen 22 Uhr befahl wenigsten seine Truppen den Ort zu räumen. Beide Seiten hatten in den schweren Kämpfen je 4000 Mann verloren. Mit Ausnahme der französischen Truppen in Eilau und kleineren Ortschaften in der Umgebung mussten sämtliche Soldaten die Nacht im Freien, bei bis zu minus 30 Grad Celsius verbringen, während starke Schneefälle ihre Lage weiter erschwerten. Am Morgen des 8. Februars war die Masse der französischen Verstärkungen eingetroffen oder im Aufmarsch begriffen, sodass Napoleon jetzt etwa 75.000 Mann kommandierte, während die russischen Truppen mit den herannahenden preußischen Verbündeten etwa ebenso stark waren. Der französische Plan sah den Angriff von drei Divisionen und das Old an beiden Flanken vor, mit dem Ziel, die russischen Kräfte dort so lange zu binden, bis der V-Outs aufmarschierende Divisionen den Angriff am rechten französischen Flügel verstärken konnten. Im richtigen Moment sollten Augeru und Murat aus dem Zentrum ebenfalls gegen die russische linke Flanke vorgehen, um sie von zwei Seiten zu überrennen. Im Zentrum hinter und südlich von Eilau stellte Napoleon seine Garde auf, um die russischen Befehlshaber von einem Angriff auf seine schwachen Stellungen dort abzuschrecken. Das Gefecht am 8. begann mit einem Artillerieduell im Zentrum, bei dem russischen Kanoniere schließlich mehrere Häuser in Eilau in Brand schossen. An der russischen rechten Flanke begannen die französischen Truppen mit einem Scheinangriff, der den erhofften russischen Gegenangriff provozierte und vom russischen linken Flügel dem Hauptziel Napoleons ablenkte. Der Gegenangriff warf die Truppen Solz jedoch bis auf Eilau zurück und Marschall Ney war noch nicht nah genug, um den französischen linken Flügel zu entlasten. So befall Napoleon einen Entsatzangriff auf der seiner rechten Flanke, wo Marschall Augeru und General Saint-Eler so die Aufmerksamkeit des russischen Oberkommandierenden vom nun gefährlich schwachen linken Flügel ablenken sollte. In dichtem Schneetreiben ging Augeru mit 9.000 Mann vor. Seine Truppen verloren aber die Orientierung und drehten während ihres Vormarsches langsam nach links auf das russische Zentrum zu. Sie marschierten direkt vor die Mündungen von 70 russischen Kanonen, die die beiden Divisionen zusammenschossen. Die Überlebenden versuchten sich neu zu gruppieren, wurden aber von der russischen Reserve unter Dochtdorov angegriffen und bis nach Eilau zurückgedrängt. Nur das 14. Linienregiment mit 2.000 Mann hielt stand und drohte in der Folge von den vorrückenden russischen Reserven eingeschlossen zu werden. Augeru schickte einen Melder nach dem anderen, um dem Regiment den Befehl zum Rückzug zu übermitteln, jedoch erreichte keiner die Truppe. Erst Hauptmann Mabot gelangte zum Regiment, dessen Stellung nach schweren Verlusten und unterständigen Angriffen gegnerischer Infanterie und Kavallerie schon nicht mehr zu halten war. Er berichtete später, wie die Soldaten ihm die Regimentsstandarte übergaben und ihm auftrugen. Retournet vers l'Empower, falls Louis le adieu du 14e de linie que fidelement execute ses adres, e potets Louis l'aigle que l'nouvelle donnie que l'nouvelle donnie que l'ennu ne pouvence plus de fendre, il se a tropenible on morang de la voie tombe aux mains des enemies kehrt zum Kaiser zurück und sagt ihm auf Wiedersehen vom 14. Linienregiment, dass Troy seine Befehle ausgeführt hat und bringt ihm den Adler, den er uns anvertraut hat, den wir aber nicht mehr beschützen können. Es wäre zu schmerzhaft zu sterben und ihn in die Hände der Feinde fallen zu sehen. Einige tausend russische Soldaten gelangten bis in die Stadt, selbst in der Napoleon vom Kirchturm aus die Schlacht verfolgte. Nur das Eingreifen seiner Leibwache und der Garde ermöglichte ihm die Flucht. Kavallerieangriff Die einzigen Kräfte, die das Zusammenbrechen des französischen Zentrums noch verhindern konnten, waren die Reserven. 10.700 Kavalleristen unter Murat wurde befohlen, die vorrückenden Russen anzugreifen. Der folgende Angriff gilt als eine der größten Kavallerieattacken der Geschichte. Die französischen Reiter durchbrachen die vorrückenden russischen Verbände, befreiten die vorgeschobenen Einheiten General Sert-Eles und Auge Russ aus ihrer misslichen Lage, durchbrachen das russische Zentrum an zwei Stellen, formierten sich hinter den russischen Linien zu einer einzigen Kolonne, drehten, durchbrachen das russische Zentrum erneut und kehrten zu den eigenen Linien zurück. Bei den Attacken wurde der Kommandeur einer Curacier-Division, General Daudpool, am Bein tödlich verwundet. Die Verluste der Kavallerie waren schwer, aber das französische Zentrum war gerettet, und eine Entlastung der französischen Truppen machte sich auch an den Flanken bemerkbar, da Benissen nun hastig sein Zentrum reorganisieren musste. Ein französischer Angriff, der den momentanen Vorteil ausgenutzt hätte, blieb jedoch aus, weil Napoleon befürchtete, dass Lesto CQ mit seinen preußischen Truppen das Schlachtfeld rechtzeitig erreichen könnte, um den Angriff zu vereiteln. Dem ursprünglichen Plan folgen konzentrierte sich Napoleon auf die russische linke Flanke und befahl seinen Divisionen um 13 Uhr den Angriff. Die Truppen der V-Outs drängten die russische Linie immer weiter zurück. Bis kurz vor ihrem Zusammenbruch Lesto CQ gegen 14 Uhr mit seinen 9000 Mann die russische Linie stabilisierte, indem er der V-Outs offene Flanke angriff. Die nun zurückweichenden französischen Truppen wurden erst gegen Abend durch den verspätet eintreffenden Marschall Ney verstärkt, dessen 14.000 Mann wurden von Napoleon sofort gegen den russischen rechten Flügel geschickt, was die russische Offensive am linken Flügel beendete und zu einer Partsituation führte. In der Nacht zum 9. Februar entschied Benissen, dass er mit seinen Truppen keine weitere Auseinandersetzung bestehen könnte und ordnete den Rückzug an, der gegen Mitternacht begann. Die französischen Truppen, zu erschöpft für eine Verfolgung, setzten nicht nach. Verluste Die Verluste beider Seiten waren schwer, sind aber nicht mehr genau zu rekonstruieren. Napoleon ließ 1900 Tote und 5700 Verwundete als Verluste vermelden, was aber als Propaganda gilt. Als realistisch werden Verluste zwischen 10.000 und 25.000 französischen Soldaten angenommen. Die Verluste der Koalitions-Truppen werden mit etwa 15.000 angegeben. Marschall Ney wird nach Schlacht von Schendler mit Quell Messiker. Esans Resultat Zitiert Napoleon soll auf die Verluste mit dem ihm zugeschriebenen immer wieder zitierten Satz reagiert haben UN enuit de Paris repère tout circa Nach dieser Schlacht beschlossen Russland und Preußen in dem Batensteiner Vertrag vom 26. April 1807 weiter gemeinsam gegen Napoleon zu kämpfen. Siehe auch Vierter Koalitionskrieg Preußische Armee Belege und Verweise Einzelnachweise David G. Schendler The Campings of Napoleon 518 Mabot Lafendo 14 Idelinei of Estwa-Ap.org Gesichtet am 30. September David G. Schendler The Campings of Napoleon 548 David G. Schendler The Campings of Napoleon 555 Literatur David G. Schendler The Campings of Napoleon Skreipner 1966 ISBN 0-02-5236601 Frank Bauer Preußisch Eilau 7. August 8. Februar 1807 Napoleons Pyrussieg im winterlichen Ostpreußen Potsdam 2007 Eintrag im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Ludwig von Batschko Begebenheiten des Hauptmanns von Falkenhayn in den Tagen der Schlacht bei PR Eilau In Beiträge zur Kunde Preußens Bind 2 Königsberg 1819 177 zu 193 Kommens